So, da bin ich wieder. Ich habe das mal so abgesteckt, wie ich das will. Jetzt kommt der Scheiss-Teil, sage ich mal. Ich möchte das bis zum Grund so machen. Und für das muss ich halt alles Wasser zuerst mal weg haben. Ja, klingt blöd. Aber ich habe da so eine Vision. Vision! Mit so einem Guck, wie man sagt. Haha, nein, ich weiss, es ist anders. Ähm. Ja, ich möchte es einfach nicht sagen, sorry. Man sieht es ja dann. Aber, äh. Ja. Ich kann jetzt auch noch ein bisschen Scheiss labern. Merken, dass ich doch ein grösserer Noob bin als alle anderen, die mein Let's Play schauen. Ist mir egal, ich habe Spass. Ich mache das. Nachher mache ich es offscreen, wenn ich fertig gelagert habe. Ähm. Noch an Andy VB. Ich habe mir die Playlist mal so ein bisschen angehört, also übersprungen. Und ja. Es sind genau die gleichen Lieder. Also ja, es sind ein paar mehr. Die ich aber eigentlich nicht so cool finde und zu mühsam ist. Zwischendurch sind einfach die Lieder Läuter. Und dann sind sie wieder leisliger. Und mich guckt es an, dort immer wieder hin und her switchen zwischen YouTube und Minecraft. Und abstellen von der Aufnahme. Und wieder einstellen. Und nur um dort die Musiklautstärke wieder regeln. Aber ich habe sie jetzt ganz abgestellt. Und ihr könnt ja selber eine Playlist im Hintergrund laufen, wenn euch die Musik so wichtig ist. Mir ist es egal. Ich könnte auch eine Playlist von mir machen. Nur gefällt euch diese sicher nicht. Ähm. Ja. Ich höre Dubstep und so. Goa. So Zeug minimal. Ich weiss nicht ob das euer Ding ist. Ich glaube es eher nicht. Ich kenne euch so nicht. Aber whatever. Nur so. Interpretation. Vor allem Dubstep. Das. Das höre ich sehr gerne. Prodigy auch. Ich liebe Prodigy über alles. Ich könnte jedes Lied da eine Playlist packen. Und dann euch da vorspielen. Während ich da. Ja hoi. Am Minecraften bin. Minecraften. Mein whatever. Egal. Gut. Es wird dunkel. Und ich schalte die Aufnahme ab. Mache auf Peaceful. Und mache das Offscreen weiter. Es geht bis zum Grund runter. Ich muss alles Wasser dann weg haben. Und. Ja. Wenn ich dann mit dem fertig bin. Sehen wir uns wieder. Bis dann. Peace. So. Ähm. Es sieht jetzt mal. So aus. Ich gehe jetzt einfach noch tiefer runter. Weil das sollte schon recht imposant werden. Finde ich. Ja. Ich gebe mich mal da einfach weiter. Dann. Ja. Es ist eben wirklich noch nicht ganz aufgearbeitet. Was kommt dann? Es kommt noch so Platte drüber. Allerdings nicht ganz. Nur so eine kleine. 9x9 oder so. Äh. 3x3. Äh. Äh. 4x4 vielleicht. Oder 5x5. Dass es symmetrisch aussieht. Ja. Ich weiss es noch nicht genau. Auf jeden Fall werdet ihr die Ersten sein, die das sehen. Ja. Ihr. Es ist jetzt nicht mehr. Mhm. Sand kann ich eh immer brauchen. Das ist auch eine gute Idee. Und ich habe es natürlich auch mit Sand ausgefüllt. Also. So blöd bin ich ja nicht, dass ich nur Cobblestones brauche für so etwas. Also doch zuzutrauen ist es mir. Bin ich aber nicht gewesen. Nein. So. Ich habe natürlich noch ein paar Steinschüffeln müssen machen. Das einfach ein bisschen. Wieder vorwärts gehen. Und mit der Hand das alles machen. Brrrr. Keine Chancen, Loj. De nada. Erst so wenig tief unten, das gibt es doch nicht. Egal, bis nachher. So, ich möchte euch einfach mal geschwind die Baustelle zeigen. Ich bin jetzt hier so weit unten, ich finde das reicht. Bei Bedarf kann ich es ja dann noch weiter machen. Ja, graben, 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 sammeln, sammeln. Ich brauche es zwar nicht, aber es wird halt einfach so oft gesammelt. Wir kennen es ja, das lästige. Ja, ähm, keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich könnte vielleicht erzählen, was ich heute angefangen habe. Aber nein, es ist einfach... Ah, komm Schweinchen, geh runter. Nein, es ist einfach das Schweinchen zu mir. Mal schauen, ob ich das verwitsche, dass es runterkommt. Der Boden unter den Füssen weghemmern. Muss ich jetzt wieder hin? Dorthin ist es. Wie kum, Herr Schweinchen! Nein! Jetzt ist es gerade gefangen, oder? Noch nicht. Nein! Ein Schwebeschwein! Nein! Ein Schwebeschwein! Nein! Ich bin nicht so nett, was ich mal gar nicht habe. Bring dich nicht lässig so etwas. Mach mich traurig. Dann muss ich gleich zum Schwert greifen und sich etwas ritzen. Nicht mich. Nur das arme Schweinchen, das nervig ist. Dann mache ich einfach diese Wand. Alles aus Cobblestones. Obwohl ich eigentlich denke, dass man diese dann nicht mehr sehen sollte. Allerdings kann ich das nicht von ganz unten bauen. Darum mache ich jetzt einfach mal so eine Reihe her. Dann sollte es eigentlich gehen, oder? Meint das denn so? Ah, nein. Braucht es doch noch nicht mehr. Ja, ich mache da mal chillig weiter. Trinke mein Feierabendbier. Und bin einfach zufrieden am Meinen. Hm. Das ist schön. So. Ja, ich habe noch Piss voll eingestellt. Das macht mir gar nichts. Nie. Erst da. Ja, ja. Also, bis nachher. Piss. Ein wenig viel Piss heute. Aber es kann nicht genug Frieden geben. Frieden für alle. Piss. Piss. So. Meine Liebe. Es ist... Fertig. Ich muss dann einfach noch dort eine reinnehmen. Die drei. Zwei. Drei. Zwei. Mühen noch weg. Aber ich muss hier noch etwas vorbereiten. Und zwar gibt es hier den Graben. Dann muss ich eben noch die Plattform bestimmen, wie gross sie wird. Da könnt ihr sonst gerade dabei bleiben. die Erde stört mich hier ich habe gerade noch keine Cleanstone dabei die werde ich dann hier noch einsetzen wahrscheinlich und jetzt mache ich als erstes mal dort die Platte damit ich auf den Schatten schaue und nicht wieder blöd zählen weil bei Zählen erzähle ich sowieso wieder Sonnepussy bin ich aber ja ey 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 los nein jetzt habe ich genau den wieder vergessen so ah da geht es schon ab jetzt so die brauche ich nicht mehr die brauche ich nicht mehr ein bisschen leichter gleich schön ja es ist immer noch peaceful darum hat es ja kein Monster rum im Baumodus sozusagen bin ich nicht gerne vom Monster umgehen ok so 5 mal 5 habe ich nicht gesagt 6 ist es lang ähm 3 jetzt muss ich 1 sagen 3 der vierte ist Blatt oder 1 2 da sind es 1 2 1 2 ja gut 1 2 3 4 5 und da wieder 1 2 sehr schön 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 benutzen benutzen das auch mal gut gut jetzt ist gerade noch ein Setzchen runtergekommen ja gut 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 sehr schön die muss doppelschichtig sein nein aber zuerst erst so dreifach schichtig sogar geht jetzt ja ich gehe jetzt einfach mal das machen nein ich wollte ja zuerst den Graben machen ich wollte ja zuerst den Graben machen nach unten ist gerade raus für meine Verwirrtheit aber ich könnte gerade Cleanstone holen und mäh 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 ich gehe zuerst mal da so und wie ist euer Tag heute gewesen? also für mich ist heute Seistag nach dem 1. August ich feiere den nicht ich bin zwar ein Schweizer aber ich finde das trotzdem so ein bisschen sinnlos so so viel Geld verschwenden für ja für nichts ich meine hallo ja für mich ist 1. August genau so ein sinnlos Tag wir wollen Halloween da einbringen oder Weihnachten es ist zwar schön mit der Familie da hängen aber so mit den Geschenken scheisse brauche ich also echt nicht und ja jetzt wisst ihr es ich bin zwar auch kein Atheist gar nicht ich glaube etwas höheres und trotzdem finde ich so Zeug braucht es nicht und dieses und jenes so auf jeden Fall brauche ich ihm das Magma ich habe da eben vorher noch etwas Sand geholt zum auffüllen und habe einfach wieder eine riesige Lava Quelle entdeckt wo ich gar nicht erst will erforschen was rundherum noch könnte sein weil ich weiss dass es dann wieder stundenlang hängen wird mhm mhm ich kenne es ja selber auch ahhh ein Feierabendbier ist so etwas herrliches was man geschafft hat sonst konnte man es ja fast nicht selbst gönnen aber jetzt geht es prima so und zwar jetzt habe ich noch ein Problem jetzt mache ich es erstmal so und so jetzt mal schauen wie das wird ja perfekt so so ich bin wieder da habe natürlich gemerkt ich habe dort unvergessen den Rahmen gemacht dann habe ich es ausprobiert dann ist alles Lava habe ich verkackt weil ich falsch gezählt habe oder besser gesagt es ist einfach nicht gegangen sagen wir es besser so ich habe nicht falsch gezählt nein es war natürlich wieder mein Fehler auf jeden Fall habe ich es jetzt auch etwas kleiner gemacht und ich hoffe es geht jetzt so wie ich will sonst muss ich halt wieder ein Laptop verbeissen wäre schon der zweite diese Woche dann sollte das hier so ein Lava Strom sein und ja das geht wieder nicht so ich muss halt hier nochmal einen Rahmen ziehen und dann hier noch Wasser dann sollte das wenn ich mir das richtig vorgestellt habe imposant aussehen und da kommt dann mein Portal drauf so und nicht anders ja und jetzt ich mache das rasch mit euch zusammen weil sonst habe ich einfach wieder gar nichts aufgenommen heute und es ist schon relativ spät ich würde jetzt gerne noch die anderen zwei Videos für morgen aufladen und würde ich gerne noch ein paar ändern dass ich gerade von morgen wieder zwei habe und ja sorry wenn ihr jetzt ein wenig leiden aber ich wow ich brauche gerade ein wenig Aufnahmezeiten und ja weisst was ich könnte ja einfach mehr Dings Kirby reinladen oder wieder ein wenig Half-Life das muss ich auch zuerst wieder aufnehmen Half-Life habe ich länger nicht mehr gespielt ähm was ich sonst so gemacht habe anstatt aufzunehmen ich habe so eine geile Rom-Seite gefunden für Gameboy-Advanced-Roms und die ist der Hammer ich habe jetzt ein wenig wow was ist jetzt los wow was ist jetzt das gewesen eine riesen Läge ähm